Was wir heute machen, ich erkläre euch das einmal ganz kurz, wir machen die Funkel-Glücksrad-Challenge, die haben wir auch in FIFA 22 schon gemacht. Die funktioniert folgendermaßen, Friedhelm Funkel hat in 26 Jahren, ist er sechsmal aufgestiegen in die Bundesliga, hält damit den Rekord als Trainer für die meisten Bundesliga-Aufstiege. Und unser Ziel ist, innerhalb von 26 Drehs mit dem Glücksrad, sechs Vereine aus der zweiten Liga in die Bundesliga zu bringen. Dafür habe ich mal wieder die Räder hochgefahren. Wir nehmen dafür dieses Rad, da sind ein paar Ligen drauf, die außerhalb des Top-5-Ligen ganz okay sind. Wir haben einen relativ großen Split, vielleicht machen wir den aber auch noch eins kleiner, ich glaube wir machen ihn lieber auf zwei, mit den Top-5-Ligen generell. Und damit müssen wir halt quasi Vereine aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga heben. Sechs Vereine an der Zahl, wir haben dafür 26 Drehs Zeit. Gewinnen wir einen Titel, drehen wir automatisch einen Spieler von den Top-5-Ligen. Weitere Regel ist, wir bestimmen die Vereine zufällig, die wir aufsteigen lassen müssen. Das heißt, wir drehen am Anfang dieses Rad hier, um herauszufinden, welchen Verein wir nach oben führen. Haben wir das geschafft, machen wir das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal, bis wir dann letztendlich sechs Vereine nach oben geführt haben. Das ist also die Challenge für heute, habe ich noch irgendwas vergessen? Ach ja genau, und wir dürfen einen Spieler immer mitnehmen. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie ganz viel Glück haben und einfach Van Dijk drehen, dürfen wir Van Dijk dann von, keine Ahnung, Paderborn mit zu Jan Regensburg rübernehmen. Einen Transfer dürfen wir machen. Es gibt natürlich gute Vereine und schlechte Vereine. Drehen wir jetzt direkt am Anfang den HSV, wäre super. Drehen wir jetzt Magdeburg, wäre sehr schwierig, weil Magdeburg nach oben zu führen, das kann schon einige Drehs dauern. Wir schauen mal rein, welchen Verein wir als erstes aus der zweiten in die erste Liga holen wollen. Hoffentlich jemanden, der schon relativ gute Spieler am Start hat. Wir gucken mal. Fürth. Hm, Fürth ist ja nicht so schlecht. Die haben auch einen Absteigerkader, das heißt, die haben auf jeden Fall gute Spieler mit am Start. Spieler von den Top 5-Ligen wären natürlich immer top, im wahrsten Sinne des Wortes, aber alles andere ist natürlich genauso okay. Wir bekommen als erstes jemanden aus der MLS. Ist auch nicht schlecht. MLS, ich meine, LAFC könnten wir Bale oder Chiellini bekommen, das wäre schon mal sehr, sehr stark. Wir bekommen aber Orlando oder Toronto. Es sieht nach Orlando City aus, da ist leider Kaka ja nicht mehr am Start. Ich weiß gar nicht, was da so ganz gut ist. Meistens sind in den MLS ja, sind die Verteidiger ja nicht so gut und die Leute vorne sind ganz gut. Wir bekommen aber den Rechtsverteidiger, wenn man von Pölfeld spricht. Also, der erste Dreh für Fürth ist der Rechtsverteidiger von Orlando City. Der ist Juan. 67er rated, ist glaube ich für die zweite Liga in Ordnung. Geht aber besser, ne? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat Fürth sogar einen besseren RV. Ah, ist auf jeden Fall nicht so ein guter Dreh. Egal, wir müssen ihn mitnehmen. Also, der Kader von Fürth sieht folgendermaßen aus. Wir haben Ragnarache und Hrgotta-Doppelsturm quasi. Das ist nicht schlecht. Dixon Abiyama, der ist auch Stürmer. Wir haben halt viele Stürmer, ne? Z-O-M, Michalsi. Unser neu gedrehter Juan ist fast gar nicht gut genug, um in der Stadtelf zu sein, ne? Wir packen ihn wahrscheinlich trotzdem mal hin. So ist es, glaube ich, gut. Ich glaube, wir gehen so rein. Das ist eine gute Formation und dann haben wir halt Juan unseren gedrehten auf nur auf der Bank, weil der ist leider nicht gut. Der hat 93 Tempo aber, der Junge. Fürth gegen Elversberg. Die Fibokal hat ja Funkel leider nie gewonnen. Und da kommen wir auch mal weiter, 3-1. Können wir auf jeden Fall mitnehmen. So, Liga sieht okay aus bis jetzt. Wir schauen nochmal mal in den Pokal rein. Da geht es gegen den KSC als erstes. Gucken wir mal, ob wir die weghauen können. Irgendwelche Leute von uns haben wir nicht so gute Formen. Wir fliegen auch mal raus. 2-1, Regotta verschießen Elfer. So, Leute, der Januar ist vor der Tür. Wir sind auf 11 unterwegs. Also, haben noch einiges an Arbeit vor uns für Fürth. Lief also bis jetzt nicht so super rosig. Die Saison ist vorbei. Aufgestiegen sind wir auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es lief gar nicht gut. Wir sind auch fast entlassen worden. Am Ende werden wir Neunter in der Tabelle. Und 45 Punkten, ja. 45 Punkte haben wir geholt. Wir hätten so um die 62 gebraucht. Mein Aufstieg, wir müssen ja nicht Erster werden. Wir können ja auch über die Relegation hochgehen. Das ist ja kein Problem. 16-0 für Regotta. Julian Green auch 8-2. Ragnar Aache nur 6 Tore gemacht. Das ist ein bisschen wenig. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir bekommen einen Top-Ligendreh. Ich habe nichts gesagt. Wir drehen den Top-5-Ligenrat. Wen kriegen wir? Premier League wäre natürlich Banger. Aber in der zweiten Liga hilft tatsächlich einfach alles. Wir kriegen einen aus La Liga oder Bundesliga. La Liga ist unser erster Top-Dreh. Ey, das könnte jetzt richtig, richtig gut sein. Komm, jetzt Real oder Barca. So ein Courtois oder so. Dann ist die Challenge Instant gewonnen. Wenn wir jetzt Thibaut Courtois drehen. Ey, und wir bekommen Sevilla oder Betis. Es wird Betis am Ende. Das ist ein sehr starker Verein. Innenverteidiger, Stürmer. Wir gucken mal. Wir bekommen jetzt einen Innenverteidiger wahrscheinlich von Betis, oder? Ja. Innenverteidiger von Betis. Das ist Luis Felipe, glaube ich, am ehesten, oder? Und es ist, wie ich gesagt habe, Luis Felipe. Der ist wie alt? 30 oder so? Ne, 25. Der ist ja jung. Ich glaube, der wäre älter. 25. Wir können noch Victor Ruiz nehmen. Der ist 33. Der ist alt. Aber Luis Felipe ist ein bockstarker Dreh für Fürth. So, also wir gehen genauso rein wie eben. Wir packen dann wieder Ruan auf die Auswechselbank. Aber wir haben Luis Felipe, der dann für Hadadi reingeht. Jetzt haben wir einen richtigen Fels in der Brandung in der Innenverteidigung. Das ist stark. So, Leute, also erste Runde Pokal geht gegen Düsseldorf ausrichtet Friedhelm Funkels einer seiner Baby-Vereine. Gucken wir mal rein. Und die schmeißen uns direkt in Runde 1 raus. Kovnatski mit einem Doppelpack. Aber es sieht so aus, als würde Luis Felipe allein uns nicht zum Aufstieg verhelfen. Wir sind auf Platz 8 nach der Hälfte der Saison. 26 Punkte. Nürnberg auf 3 mit 35. Anschluss ist theoretisch noch möglich. Aber ich glaube, es wird die Saison eher nix. Wir müssen noch einen dritten Dreh machen für Fürth. Mit 26 verschiedenen Trainern Schalke in der Bundesliga zu halten. Das wäre auch eine witzige Challenge. Wir werden aber erstmal entlassen. Also, ich weiß nicht, wie oft das dem Friedhelm passiert ist. Aber die erste Entlassung steht ins Haus. Wir sind auf jeden Fall in der Relegation mit Lautern unterwegs. Leider sind wir nur nicht Lautern, sondern wir sind Fürth. Aber ist auch die Relegation in die dritte Liga runter. Okay. Wir sind auf Platz 7 gelandet am Ende. 48 Punkte. Wir kommen näher ran. Aber Luis Felipe, wie gesagt, alleine reicht nicht. Kriegen wir nochmal einen Top 5 Dreh. Das wäre natürlich super. Wir bekommen stattdessen jemanden aus der mexikanischen Liga. Okay. Könnte auch gut sein. Moment. Die ist gar nicht mehr in FIFA, oder? Sekunde. Da habe ich, glaube ich, einen Fehler gemacht. Tut mir leid. Da müssen wir das Liegenrad einmal kurz anpassen. Nochmal neu. Wir haben nochmal eine Chance auf den Top 5 Dreh. Ist irgendwie auch ein bisschen lerrihaft, wenn wir das jetzt mitnehmen. Jetzt kriegen wir tatsächlich einen Spieler aus den Top 5 Ligen. Ist okay. Ich meine, man macht nix dagegen. Schauen wir mal rein, ob wir wieder einen guten bekommen, wie Luis Felipe eben. In die Bundesliga? Oder wieder die Liga? Ne, es ist Bundesliga, ne? Yes. Nehmen wir mit. Jetzt die Bayern und dann Keeper. Dann können wir Funken in den Ruhestand schicken. Es ist fast freie Wahl geworden, Leute. Aber Leverkusen ist auch nicht schlecht, wen wir bekommen können. Rechter Flügel ist... Diaby ist LM, ne? Oder ist Diaby RM? Belarabi? Ne, es ist tatsächlich einfach Diaby. Wir kriegen einfach einen 84er in die zweite Liga. Es hätte nicht besser laufen können, ehrlich gesagt. Es hätte nicht besser laufen können. Ich muss aber noch kurz den Drehcounter einmal hoch machen, sonst vergesse ich das wieder. Ich glaube, wir gehen so rein. Guck mal, das ist, glaube ich, eine ganz gute Formation. Und 4-2-3-1 breit. Wir haben dann Aache vorne, Regotta dahinter. Diaby auf rechts, Green auf links. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Luis Felipe, unseren anderen Neuzugang in der Innenverteidigung. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Also, wir haben Arminia Bielefeld gegen Fürth im Pokal. Erste Runde. Fliegen wir direkt raus. Bello und und Schipka. Wir sind im Januar am Start. Wir gucken mal rein, wo wir stehen. Es sah nicht so wirklich gut aus. Oh, ist aber okay. Wir sind auf Platz 5 unterwegs. 28 Punkte haben wir bis jetzt geholt. Wir brauchen noch 5 Punkte auf Sandhausen. Dann würde es vielleicht nach oben gehen. Die Entlastung flattert zum zweiten Mal in Folge rein. Aber keiner weiß, was da los ist. So, jetzt ist auch eigentlich alles an dem Platz. Wir gehen mal rüber auf die Tabelle. Schauen mal, wo wir am Ende gelandet sind. Lautern. Die haben wir ja dann gemanagt. Wo sind wir mit Fürth? Sind wir in Richtung... Oh, wir haben den Aufstieg knapp verpasst. Einen Punkt mehr. Dann wären wir in der Relegation zumindest gewesen. So müssen wir noch ein neues Mal ran. Diaby Scorer. Wir sind bei 20 insgesamt. Hätte ich mir auch mehr von ihm erwartet, wenn ich ehrlich bin. Neuer Dreh. Top 5 wäre natürlich wieder top. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es wird die Erde-Devisie oder die zweite Englische bleiben in der SkyBet Championship. Okay. Burnley-Norwich vielleicht so um den Dreh. Stoke ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ex-Club von Shaqiri und Shupo Moting unter anderem. Gucken wir mal, ob wir jemanden bekommen können, der uns weiterhelfen kann. Wir bekommen sogar die freie Wahl, oder? Obwohl. ZDM. Ey, freie Wahl bei Stoke City ist nicht schlecht. Oh, Leute. Harry Sutter könnten wir theoretisch mitnehmen. Den kennen wir doch, den guten. 24 Jahre alt, 2 Meter aus der Bayreuth-Karriere. Wir haben noch Baker. Wir haben Powell. Also Keeper würde ich normalerweise schon immer mitnehmen. Aber Bursig ist auf jeden Fall schlechter als Linde. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall nicht den Keeper mit. Der alt ist Brown. Der ist 24. Vielleicht nehmen wir Brown mit. Weil Linksverteidiger wäre auch in Ordnung. Aber wir haben auch gute Mittelfeldspieler. Wir haben einen guten Innenverteidiger. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich Brown mit. Und Brown tun wir dann in die Sturmspitze für Ragnar Ache. Ist, glaube ich, kein schlechter Dreh gewesen. Der ist ja noch relativ jung. Der geht vielleicht auch noch ein bisschen hoch. Und Ragnar Ache hat ja auch nicht so gut performt, was statistikmäßig angeht. Der ist ja auch, glaube ich, schon über 24. Müsste eigentlich so 25, 26 sein. Schauen wir mal in den Pokal rein gegen den KSC in Runde 1. Das gewinnen wir mal wieder. Diaby und Green mit einem Tor jeweils. Wir gucken mal rein im Pokal gegen RB Leipzig. Ob wir die auch weghauen können. 5 zu 2, Junge. Kriegen wir da aufs Maul. Egal, Diaby wieder mit einem Scorer. Die Saison ist halb vorbei. Wir schauen mal, wo wir mit Fürth stehen. Und wir sind auf Platz 1. Es sieht nach Aufstieg aus. Aber wir haben noch 7 Punkte auf Bielefeld. Wir können auch genauso gut noch abrutschen. Ich hoffe es natürlich nicht. Wir sind direkt aufgestiegen. Zwar nicht als Tabellenführer, sondern als Tabellenzweizer dem HSV. Es wurde tatsächlich noch mal knapp. Aber wir haben den allerersten Aufstieg geschafft. Das heißt, wir dürfen auf jeden Fall jetzt einen Spieler mitnehmen von dem alten Verein. Welchen Verein bekommen wir als nächstes? Wir schauen mal. Okay, Holstein Kiel ist also der zweite Kandidat, den wir aus der zweiten Liga in die Bundesliga führen müssen. Ist jetzt auch so ein Mittelfeldkandidat, was die FIFA-Ratings angeht, glaube ich. Also so schlecht ist es nicht wirklich. Wir packen auf jeden Fall schon mal Diaby zu Holstein rüber. Gucken wir mal kurz. Genau. Und wir werden dann Luis Felipe. Machen wir dann freier Spieler. Und Brown auch. Und Ruan auch. Weil die sollen ja nicht Konkurrenz für uns machen. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Es läuft okay bis jetzt. Diaby mitzunehmen ist natürlich auch sehr stark. Aber es könnte sein, dass sie das... Es könnte knapp werden. Wir bekommen auf jeden Fall wieder einen Spieler aus der MLS. Oder ist es doch die argentinische Liga? Es ist die MLS. Okay. Wollen wir nochmal rein. Haben wir eben Ruan gedreht. Wäre witzig, wenn wir jetzt einfach nochmal drehen. Aber können wir ja Gott sei Dank nicht. Oh, LR Galaxy. Montreal ist glaube ich nicht gut. Gucken wir mal. Am besten wäre natürlich... Keeper. Ich weiß nicht. Stürmer ist meistens immer ganz gut. Also CF Montreal. Stürmer ist... Uh. Hallo. Romel Kuyoto. Sehr, sehr schönes Ding. Wir könnten auch Mihailovic nehmen. Wie alt ist der? Der ist 23. Wir nehmen Mihailovic. 23-jähriger Stürmer. Ektor Van Yama. Den kenne ich auch. Der kommt aus China. Der hat bei Tottenham gespielt. Der hat irgendwie 400 Stärke oder so, oder? Warte mal. Ja, Stärke 92 da unten. Wir nehmen auf jeden Fall Mihailovic mit. Das ist ein sehr starker Dreh. Mittelstürmer aus der MLS. Ey. Hätte nicht besser laufen können für die MLS, glaube ich. Ist mit einer der besten Spieler in der MLS. Ich glaube, wir gehen so rein. Wir machen 4-3-3-falsche 9. Wir haben dann Julian Kopp auf Linksverteidiger, der noch draußen war. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Dene im Tor ist auch schon stark. Und dann Mihailovic auf der Mittelstürmerposition. Der kann auch ZOM und ZM. Das ist auch nicht schlecht. Und Musa Diaby auf rechten Flügel. Erste Runde im Pokal. Irgendwie spielen wir immer gegen den KSC. Ich weiß auch nicht warum. Schauen wir mal rein, ob Diaby und Mihailovic da was reißen können. 1-0 durch ein Tor von genanntem Musa Diaby. Zweite Runde im Pokal ist der VfL Bochum. Auch da schauen wir mal rein, ob wir weiterkommen können. Und wir sind auf jeden Fall rausgeflogen. 5-4 im Elfmeterschießen. Das tut ein bisschen weh. Ist aber nicht so schlimm. Bundestrainer werden jetzt nicht entlassen wie die Fliegen oder so. Speaking of. Wir werden entlassen. Asselborn. Da sind wir wieder rausgeflogen bei Holstein Kiel. Erste Saison lief schon mal nicht so gut. Die Saison ist auf jeden Fall halb vorbei. Wir schauen mal, ob wir mit Kiel stehen. Und es ist der 14. Tabellenplatz. Also bei Kiel haben wir auf jeden Fall noch einiges an Arbeit zu tun, dass wir weiter aufsteigen. Fürth aktuell auf Platz 2. Junge. Unser Ex-Club. So Leute, die Saison ist vorbei. Es lief auf jeden Fall nicht wirklich gut. Wir sind mit Kiel am Ende 12. geworden. 43 Punkte haben wir geholt. Fürth ist aber auch noch richtig abgekachelt gegen Ende. Also unserem Ex-Club ging es doch nicht so wirklich gut. Kein Problem. Statistiken können wir nicht zeigen. Auf geht's, ab geht's. Welcher Club kommt als nächstes für uns? Wir kriegen jemanden aus der Super League. Das ist auch nicht schlecht. Fener, Gala, Besiktas. Das sind so die drei Clubs, die man eigentlich drehen will. Wir kriegen aber Kaiserspor oder Konyerspor. Kaiserspor. Vielleicht haben die einen ganz guten Keeper. Wir schauen mal. Kriegen aber sowieso einen Innenverteidiger von Kaiserspor. Ey. Geht auch schlechter, glaube ich. Gibt's da wen Gutes? Geht so, ne? Also hier vorne wären ein paar Gute dabei gewesen. Gavranovic, den kenne ich auch noch, oder? Mario Gavranovic. Wie alt ist der? Der ist auch schon ewig alt, oder? Ja, 32 geht eigentlich. Aber wir bekommen entweder Hosseini, der ist 26 Jahre alt Innenverteidiger. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oder wir bekommen Kolo Vietkos. Er ist 31. Wir nehmen Hosseini mit. Ist in Ordnung. Den schmeißen wir dann wahrscheinlich für Lorenz rein. Der ist immerhin eins besser. Und Eras geht dann noch raus für Schulz. Das ist nochmal eine Gesamtstärke mehr. Sieht okay aus. So gehen wir also rein. So Sandhausen, unser erster Gegner im Pokal. Schauen wir mal rein, ob wir die weghauen können. Können wir. 3 zu 1. Diaby, Michalowitsch und Holtby. Schönes Ding. Wir schauen mal rein gegen Hansa Rostock. Das ist unser zweiter Gegner im DFB-Pokal. Und auch die schmeißen wir raus. Reze, Schulz, Diaby und nochmal Diaby. Übrigens, wir spielen auch gegen Frankfurt im Pokal als nächstes. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für uns. Oh, aber wir schaffen es tatsächlich in die Verlängerung. Wo dann Lindström und Götze den Sack zumachen. Schade. Ey, aber es sieht sehr, sehr gut aus nach der Eftel der Saison. Wir sind auf Platz 1 unterwegs. Was jetzt auf einmal herkam. Formation war eigentlich genauso wie eben. Und jetzt sind wir einfach erster. Wir schauen mal rein. Die Saison ist vorbei. Und wir haben tatsächlich den Aufstieg geschafft, Leute. Wir sind zum zweiten Mal aufgestiegen. Dürfen den Aufstiegscounter wieder 1 höher machen. Sehr, sehr schönes Ding. Und das nach nur 5. Ne, es sind sogar 6 Drehs, oder? Ne, 5 Drehs. Und den Innenfall, die sind 6. Wir sind bei Dreh Nummer 6. Ich muss da mal ein bisschen mehr aufpassen. Wir sind bei 6 Drehs, meine Herren. Holstein Kiel ist damit auch abgehakt. Wir schauen mal kurz rein, wer uns da zum Aufstieg geschossen hat. 21,5 Diaby. Schönes Ding. Mühling 10,5 ist auch stark. Reze 8,2. Michailowitsch nur 7 Scorer. Also das geht auf jeden Fall besser. Das heißt, es bleiben nur noch 16 Vereine, die wir uns aussuchen können. Oder aus denen wir zufällig einen drehen. Wen müssen wir als nächstes zum Aufstieg führen? Oh Leute, das wird schwierig. Das wird schwierig. Lautern ist in FIFA nicht gut repräsentiert. Ich denke, wir werden auf jeden Fall von Kiel wieder Diaby mitnehmen. Ist mit Abstand der Beste, den wir gedreht haben. Deswegen packen wir dann den rüber zu Lautern. Und Michailowitsch geht dann, wird dann wieder freier Spieler. Und Ossaini auch. Top 5 Dreh war natürlich Banger. Es ist aber jemand aus der Liga Portugal oder der Argentinischen Liga. Es wird die Argentinische Liga mit. River Plate wäre jetzt nicht bad. Die Boca Juniors würde ich auch mitnehmen. Gucken wir mal rein, ob wir das bekommen können. Das sind eher nicht die Boca Juniors. Das ist ein Klub, dessen Namen ich nicht kenne. Wir schauen mal. Wir bekommen aber wieder mal einen Innenverteidiger. Tatsache. Ist auch nicht schlecht. Also wir haben Estudiantes gedreht. Die haben ja echt gar nicht so schlechte Ratings. Und Innenverteidiger ist aber... Oh, ist sogar ein 73er. Ey. Noguera. Wie alt ist der? 29 Jahre alt. Das ist in Ordnung. Morell ist 24 Jahre alt. Aber Noguera ist halt drei Ratings besser. Deswegen nehmen wir, glaube ich, ihn mit. Das ist der Kader, den Lautern hat, wenn man reingeht. Und das Gute ist, die haben natürlich einen Banger Keeper von vornherein. Das ist natürlich sehr, sehr stark. Wir könnten Herrscher hierhin machen. Wir könnten Redondo vielleicht noch austauschen für Opoku. Wir gucken mal. Wir haben ja jetzt Noguera gedreht. Und wir haben Diaby, den wir mitgenommen haben. Diaby rechts. Herrscher links. Und dann haben wir Ritter in der Mitte. Zug. Kann man noch besser einen Linksverleger? Nee, ich glaube nicht. Boom. Sieht sehr, sehr gut aus. Wir spielen gegen Sandhausen im Pokal. Gucken wir mal rein, ob wir die raushauen können. Ja. Können wir. 2-1. Schönes Ding. Wir schauen mal rein. Heidenheim ist unser nächster Gegner im Pokal. Das verlieren wir dann mit 4-3 im FW-Derschießen. Schade, schade. Ey Leute, aber es läuft besser als gedacht. Wir sind einfach auf Platz 6 unterwegs. Auf Platz 6 unterwegs. Ich bin bis jetzt ganz zufrieden. Ich nehme es mit. Also, Aufstieg ist auf jeden Fall noch nicht in Reichweite. Aber 8er Tabellenplatz ist schon mal nicht so schlecht. 140 Punkte haben wir bis jetzt geholt. Geht vielleicht in der nächsten Saison besser. Aber es ist in Ordnung. War klar, dass wir nicht direkt aufsteigen. Aber ist ein guter Startpunkt. Zuckert sich auch verletzt, sehe ich gerade. Wir schauen noch mal kurz auf die Statistiken. Wer was gerissen hat. Lute geht natürlich auch runter, sehe ich gerade. Auf eine 71. Clement 9, 6. Das ist nicht schlecht. Hanslik 7, 0. Boyd 6, 0. Redondo. Ja. Wir schauen mal rein. Komm. Top 5, please. Das wird aber... Oh, Portugal ist auch nicht schlecht. Jetzt so ein Otavio oder so. Oder Vlachodimos im Tor. Bitte jetzt nicht irgendwie in einem Käseverein. Ich möchte da jetzt Sporting oder so sehen. Oh nein. Oh nein. Das ist leider gar nicht gut. Ich meine, es kann immer noch ein guter Spieler sein. Ich weiß nicht, was die so für Leute da rumlaufen haben. Wir gucken mal, ob wir... Äh, wen wir da bekommen. Immerhin einen Linksverteidiger. Den haben wir noch nicht gedreht, ne? Also, so einen Spieler hatten wir noch nicht. Pacos Ferreira. Wir kriegen den Link... Ich hab nix gesagt. Ich hab gar nix gesagt. Das ist einfach der beste Spieler im Klub. Ey. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Äh, Vittorio Antunes. 23... Äh, 73er Rating bringt er mit. Wie alt ist der Gute? Der ist aber 35. Er ist 35. Haben die noch einen anderen Linksverteidiger? Vigario. Der ist 26. Aber wir nehmen den auf jeden Fall mit. Wir machen es wieder so wie eben, glaube ich. Ich hab ein bisschen umprobiert mit dem ZDM-Spot. Aber irgendwie finden wir keinen, der da irgendwie besser ist. Deswegen machen wir es so. Und haben dann Antunes, Nogueda und Diaby als unsere neuzugängige Lute im Tor. Das sieht gut aus. Wir machen es auf jeden Fall. So, Leute. Palabon. Erster Gegner im Pokal. Schauen wir mal rein. Gewinnen wir 2-1. Nogueda mit einem Tor. Und Terence Boyd. Oh, ich hab den Pokal gegen Aue geskippt. Wir haben einfach gewonnen. Lautern gegen Leipzig. Tradition gegen nicht so Tradition. Wer gewinnt das Duell? Ah, Leipzig 1-0 durch den Kunku. Schade, schade, schade. Im Januar sind wir mit Lautern auf der Wembers 13 unterwegs. Läuft also sehr schleppend. Die Saison ist vorbei. Wir sind auf Platz 12 stehen geblieben. 39 Punkte haben wir geholt. Wie gesagt, Lautern ist bis jetzt die größte Challenge. Wir schauen noch einmal auf die Statistiken kurz, wer was gerissen hat. Gucken wir mal. Musa Demir 9-8. 9-0 für Boyd. Clemen 7-3. 7-1 für Hans Lick. Gucken mal, was wir bekommen. Es ist leider kein Top-League-Dreh. Es ist ein Spieler aus der MLS oder Super League. Es ist sehr knapp. Es ist aber letztendlich die MLS. Schauen wir mal rein. Wir bekommen... Oh. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Die San Jose Earthquakes. Das ist gar nicht gut. Ich glaube, die haben echt mit das schlechteste Rating in FIFA, oder? Wir kriegen aber schon wieder einen Linksverteidiger. Warum kriegen wir denn jetzt die ganze Zeit Außenverteidiger? Eben gar nicht und jetzt die ganze Zeit. Wer ist da links... Oh. Trauko ist aber nicht bad. Ey, der kann auch LM spielen. Das ist gar nicht so schlecht. Wie alt ist der Gute? Der ist 30. Ey, das geht schlechter. Nehmen wir gerne mit. Klar, hier oben wäre besser gewesen. Acapo oder Montedo. Aber Trauko nehmen wir trotzdem sehr, sehr gerne mit. Fügen den auf jeden Fall zu Lautern hinzu. Ey, wenn Trauko auf der 6 spielen kann, war es ein Top-Dreh. Ey, ohne Witz. Richtig, richtig gut. Dann machen wir Antunes, Noguera und Trauko ist dann hier so das kleine Dreieck unten links. Das fühle ich auf jeden Fall. Und dann haben wir Diaby am Start auf der rechten Seite. Nehmen wir mit. Erste Runde Pokal ist gegen den Hamburger SV. Schauen wir mal rein. Falleber 3-1. Interessantes Ding. Schauen wir mal rein. Nach der Felsaison sind wir auf Platz 11 zu finden. So wirklich Richtung Aufstieg will es für uns irgendwie nicht gehen, ne? Das heißt, wir können eigentlich auch wieder wie eben Dreck durchsimulieren. Ey, aber es läuft katastrophal. Wir haben gerade wieder 3 Spiele in Folge verloren und werden auch mal wieder entlassen. Also Lautern könnte uns das Genick brechen. Die haben wir ja auch, glaube ich, in der letzten Funkel-Challenge, letztes FIFA, haben wir die ja auch, glaube ich, am Ende bekommen. Also, die Saison ist vorbei. Wir sind auf jeden Fall nicht wirklich gut gefahren mit Lautern. Wir schauen mal rein. Wir sind am Ende einfach glatt 18. geworden. Sehr interessant FIFA. Aber, dass man mit dem Team 18. wird, das glaube ich eher weniger. Statistiken können wir nicht schauen. Aber wir sind einfach 18. geworden. Top 5 würde mich nochmal ein bisschen retten. Komm. Top 5, ja. Wichtiges Ding. Genau zum richtigen Zeitpunkt drehen wir ein Spiel der Top 5-Ligen. Sehr, sehr starkes Ding. Zumindest, wenn wir Top 5 drehen, eine kleine Chance auf Top-Klubs haben. Wir kriegen nochmal jemanden aus La Liga. Okay. Komm. Atletico-Keeper. Barcelona-Keeper. Das wäre so schön. Ey, selbst hier Sociedad-Keeper würde ich auch mitnehmen. Oder Bilbao-Keeper. Wir kriegen Real Sociedad. Komm, komm, komm. Bitte. Irgendwas Gutes. Stürmer wäre auch in Ordnung. Rechter Flügel ist zumindest was Neues. Und ich glaube, es könnte auch... Oh, Jasabal sein. Oder ist der linker Flügel. Jasabal ist leider linker Flügel. Und Porto ist gar nicht mehr da. Wir kriegen auf jeden Fall Bryce Mendes. 79er rated. Rechts-Mittelfeldspieler. Guter Dreh für uns. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Willkommen, mein Sohn, bei Kaiserslautern. Jetzt können wir für ihn eine schöne Flügelzange mit Moussa Diaby machen. Wir gehen mal in 4-3-3 rein. Wir machen dann Beuth vorne drin. Diaby rechts. Mendes links. Clement Ritter Trauko. Der kann einfach alles. Der kann ZM. Der kann ZDM links. Linker Flügel. Viererkette, wie wir es kennen. Und dann Andi Lute im Tor. So. Wir gucken mal rein gegen den SC Padawan. Ob wir das reißen können im Pokal. 2-1. Bryce Mendes und Diaby. Unsere Flügelzange sticht im Pokal. Dann haben wir im Pokal als nächstes Bayer Leverkusen. Terence Boyd ist schwer verletzt. Das ist nicht so gut. Gucken wir mal rein. Verlieren wir 2-3. Opoku und Durm hat zu leugeln sogar noch eine rote ab. Ey, da wäre auf jeden Fall ein Sieg gegen Leverkusen drin gewesen. Januar. Wir sind zumindest ein bisschen weiter nach oben. Aber 8er ist jetzt auch nicht Aufstiegskurse oder so. 6 Punkte Rückstand auf Paderborn. Ist in Ordnung. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber da geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Oh, Leute. Die Entlastung flattert uns mal wieder rein. Also Aufstieg können wir auf jeden Fall an den Nagel hängen. Ziel war auch Ligameister werden. Digga, warum das denn? Die Saison ist vorbei. Wir schauen mal, wo wir mit unserem Verein gelandet sind. Regensburg ist einfach vor Lautern. Na moin, Alter. Wir sind auf 9 am Ende. So. Nächster Dreh für Lautern. Okay. Saudi-Liga oder argentinische Liga? Rein geht's. Primera Division. Hatten wir, glaube ich, einen Dreh, der ganz gut war draus. Wir bekommen auch wieder einen Klub, den ich leider nicht beim Namen kenne. Wir werden uns gleich herausfinden, welcher Klub das ist. Ey, Keeper wäre nicht schlecht. Ich meine, Loote ist eigentlich gut, aber... Okay, wir kriegen mal was Neues. Wir kriegen mal einen Zehner. So. Central Cordoba ist der Verein. Und wir bekommen einen Zehner, den es nicht gibt. Den es im gesamten Kader nicht gibt. Das heißt, wir dürfen noch mal neu drehen, was ich mit Liebe machen werde. Deswegen machen wir das einfach so. Und bekommen die... Liga Portugal noch einmal. Okay. Schauen wir mal rein. Benfica, Porto... Oder Sporting wären toll. Oh, knapp ein Benfica. Das ist Estuaria Praia, heißen die, glaube ich. Ist nicht so super gut. Wir kriegen ja mal einen ZM. Okay. Esturil Praia heißt er, genau. Esturil Praia. ZM von denen ist tatsächlich... Lea Siliki. Okay. Also auch nicht wirklich gut. Wie alt ist der Gute? 26 Jahre alt. Aus Kamerun. Wir könnten auch Geraldes nehmen. Der ist 27. Oder Rosier. Der ist 24. Ich glaube, da nehmen wir Rosier mit. Wir machen dann Trauk, Rosier auf den beiden Sechstern. Nogoreda, Antunes. Hier unten Diaby, Bryce, Mendes. Den wir noch ein bisschen nach vorne machen. Kein Plan, warum der so weit hinten ist. Und gehen dann so in die Saison rein. Wir bekommen erstmal den SC Ferl als Pokalgegner zugelost. Schauen wir mal rein, ob wir das bestehen können. Oh, Junge, wir sind direkt raus im Pokal. Direkt am Anfang. Wir schauen mal rein im Januar, wo wir stehen. Es sah wieder okay aus. Oh, wir sind auf Platz 5. Also es läuft langsam. So langsam kommen wir näher ran an den Aufstieg. 28 Punkte haben wir bis jetzt. Und da ist wieder die Entlassung. Ey, Leute, was ist denn los? Was ist denn los? Wir gehen wieder rüber zu Regensburg. Wir werden wieder entlassen. Leute, die Saison ist vorbei. Wo sind wir mit Lautern gelandet? Auf 10. Wir sind nochmal richtig runtergekachelt. FIFA ist wieder komplett los. Statistiken zeigen kann ich euch nicht. Komm, gönn nochmal Top 5 oder so. Oh, das sieht gut aus. Aber es ist die Saudi-Liga. Okay. Wir haben ein bisschen zu wenig Schwung gedreht. Ist aber nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Ey, das kann jetzt wieder alles zwischen super gut und bodenlos schlecht sein. Wir kriegen Al-Shabaab. Da ist doch Eva Banega, ZM, oder? Bitte gib ihn mir. Stattdessen kriegen wir wieder den rechten Flügel. Ey, wir haben auch jetzt wieder 5000 Flügelspieler. Wir haben noch keinmal Stürmer, noch keinmal Keeper gedreht. Kann halt nicht sein. Rechter Flügel ist... Oh, der hat eine 75 Junge. Carlos Junior. Der kann auch Stürmer spielen. Halleluja. Ich wurde erhört. Er kann Stürmer spielen. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Selbst der Keeper wäre... Obwohl, das meine ich halt. Der hätte jetzt Keeper gedreht, wäre ein bisschen traurig irgendwie. Ey, das sieht gut aus. Das ist doch ein Team zum Aufstieg, oder? Junior mit einer 75 im Sturm. Diaby rechts. Mendes links. Unser Dreier-Mittelfeld. Clement, Trauco, Rosier. Antunes, Noguera, Tomiak, Dorm, Lute. Leute, wir müssen aufsteigen. Lege ich mich fest. Also, Ferrel ist unser erster Gegner im Pokal. Das ist eigentlich auf jeden Fall ein easy Gegner. 2-1 Diaby. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Hier ist ein Pokal am Start. In Runde 2 gegen die FC Bayern mit Schupo-Moting. Mal immer, mal wieder, wie man es kennt. 4-1. Sané, Sané, Davies und Schupo-Moting. Junge. Im Januar sind wir am Start auf Tabellenplatz 1. Es sieht gut aus. Letztendlich geht es mal in Richtung Aufstieg. Wir haben es geschafft, Lautsan vor einem Absteigerteam zu einem Aufsteigerteam zu machen. Hoffentlich können wir das jetzt in der Rückrunde auch bestätigen und werden nicht wieder komplett runterfallen. Bitte nicht. Fürth 1-1 und der KSC nochmal nur ein Punkt. Ich glaube, das hat nicht gereicht. Oder? Hätten wir gegen Fürth oder gegen den KSC gewonnen, wären wir zumindest auf Platz 3 gewesen und in Relegation spielen können. Aber so ist es einfach ein Riesenstich in mein Herz. Komm, stopp, 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 stopp. Nein, einen Tick zu weit, Mann. Oh, die Championship ist auch nicht so toll. Bitte gönn uns doch einen guten Dreh nochmal. Bitte, bitte, bitte. Hadasfield ist jetzt auch nicht so super gut, ne? Ich weiß, selbst wenn wir jetzt einen Keeper drehen, ist der halt nicht gut genug oder so, nicht? Komm, noch ein Stück, bitte. Ey, Leute, ganz ehrlich, wie oft wollen wir noch Flügelspieler drehen? Wie oft? Ich mische jedes Mal verschieden oft durch und es ist immer rechter Flügel, immer. Ah, 70er Thomas, ist okay. Es ist ja okay. Der kann wenigstens Rechtsverteidiger. Mahomey, wie alt sind die denn? Mahomey ist 25. Holmes ist 27 und Thomas ist, der sieht alt aus. Oh, der ist 23, ich hab nichts gesagt. Kein Disrespect, der ist 23 Jahre alt. Ist in Ordnung, aber trifft uns das wirklich viel weiter. Ich weiß es nicht. Und den packen wir auf die 10, der kann es anscheinend auch spielen. Und ich glaube, der geht in der Saison ein bisschen höher als Klemann. Weil Klemann ist 29, Thomas ist 23. Ich glaube, das könnte gut werden. Mal rein, gegen Meppen im Pokal. So Leute, Dortmund ist unser Gegner im Pokal. Schauen wir einmal kurz rein. Hätten wir fast gewonnen. Ey, die Hinrunde sah wieder sehr gut aus. Nicht so gut wie letztes Mal. Wir sind nur auf Platz 3. 37 Punkte. Das werden wir eh wieder nicht halten können bis zur Rückrunde. Ich check's nicht. Ich check's bei Gott nicht, wie wir so schlecht sein können immer. Wir schauen mal rein, wo wir gelandet sind. Wir sind schon mal nicht siebter. Wir sind auch nicht sechster. Jetzt nur nicht fünfter oder vierter. Wir sind auch nicht fünfter. Bitte nicht vierter. Bitte nicht vierter. Ja. Okay, Relegation ist schon mal drin. So ein Ding. Direkter Aufstieg mit dem 13. Dreh. Wir sind genau einfach an der Hälfte angelangt. Und das nach einem Stream. Es passt perfekt, Leute. Wir schauen mal, welchen Verein wir als nächstes aus der zweiten Liga nach oben führen müssen. Wäre natürlich schön, wenn es jetzt irgendwie Richtung Hamburg gehen würde oder so. Okay, der KSC ist so ein Mittelding, glaube ich. KSC ist, glaube ich, in Ordnung. Also da freue ich mich drüber. Ich habe das auf jeden Fall lieber als irgendwie Magdeburg oder so. HSC ist, glaube ich, nicht schlecht. Sorry, ich war so in WM-Talk vertieft, dass wir das irgendwie komplett verpasst haben. Schauen wir mal rein. Die MLS ist das Erste, was wir drehen. Okay. MLS-Spieler können nicht schlecht sein. Schauen wir mal rein. Welchen Verein wir aus der MLS bekommen? Gucken wir mal. Sieht nach Nashville aus. Da ist Hanni Mukta unter anderem dabei. Den würde ich gerne mitnehmen. Hanni Mukta ist der Stürmer, Mittelstürmer oder Flügelspieler? Ich weiß gar nicht, welche Position der in FIFA hat. Ich meine Mittelstürmer, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir bekommen aber so oder so den Keeper oder linken Flügel? Keeper? Keeper. Keeper von Nashville ist die Frage, ist der jetzt besser als der, den wir schon haben? Willis. Der hat eine 70. Ist immerhin eine Gesamtstärke besser als unser Keeper. Wir gucken mal, ob die noch einen Anlass haben. Willis, wie alt ist denn der? Der ist 34, Leute. Das ist eher nicht so gut. Wir haben noch Meredith. Der hat aber eine 61. Also das ist eher ein Dreh für die Tonne. Willis ist auf jeden Fall sogar schlechter als Gersbeck, sehe ich gerade. Und der ist wahrscheinlich auch jünger. Also Willis ist eher ein Keeper für die Bank. Dann tun wir halt Eisele raus, denke ich mal. Aber tut ein bisschen weh, ehrlich gesagt. Tut ein bisschen weh. Kann man nichts machen. Wir gehen trotzdem rein. KSC gegen Fürth. Unser Ex-Klub. Gewinnen wir aber 2-1. Wannicek und Arase im Pokal. Nehmen wir mit. Gegen Suarez. Oh, ich hab den Pokal geskippt, Leute, aus Versehen. Gegen Heidenheim rausgeflogen. Ist aber nicht allzu schlimm. Wir schauen mal rein im Januar. Und obwohl wir nichts am Team verändert haben, sind wir einfach auf Platz 3 unterwegs. Also hat Moussa Diaby auf jeden Fall eine bisschen bessere Saison gehabt. Fühle ich. Nehme ich sehr, sehr gerne mit. Gucken wir mal, ob wir das auch weiterhin halten können. Die Saison ist vorbei. Wir schauen mal. Leute, wir sind einfach aufgestiegen. Wir haben halt gefühlt keinen Dreh gemacht. Und wir sind einfach random aufgestiegen. Irgendwie hat Moussa Diaby es gerissen. Er hat es einfach gerissen. Wir haben mit Lautern, haben wir uns wirklich komplett, äh, sind wir rumgecrossed. Aber Moussa Diaby, guck mal, was er an Scorern gemacht hat. Ja, aber Warnicek hat mehr Scorer als Diaby vom ZM. Diaby hat 15,6. Warnicek hat 15,11. 10,5 für Arasi. Wir sind einfach aufgestiegen, Leute. Schauen wir mal rein, ob wir einen bekommen, der uns gut tut. Oder einen, der uns nicht so gut tut. Ich meine, ich habe jetzt vergessen, die runterzunehmen, die wir schon hatten. Wir können theoretisch einen bekommen, den wir schon hatten. Wir bekommen aber, Leute, die freie Wahl. Die freie Wahl. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Wir könnten natürlich jetzt den HSV nehmen. Aber das Ding, was ich halt sehe, ist, dass der HSV da automatisch eigentlich schon aufsteigt. Oder? Weil HSV hat halt einen gut genugen Kader, dass die in der FIFA-Simulation eh immer oben sind. Deswegen würde ich jetzt sagen, lasst uns einfach Friedhelm Funkels Herzensverein Fortuna Düsseldorf nehmen, weil wir haben ja die freie Wahl. Und Düsseldorf aus der zweiten wieder in die erste führen. Ich glaube, das fände ich irgendwie cooler. So für Storytelling und so. Oder? Ich glaube, das machen wir. Moussa Diaby carried uns einfach komplett durch diese ganze Challenge. Ich habe nichts gesagt. Ich fühle es auf jeden Fall. Nur noch 10 Drehszeit. Wir schauen mal. Wir kriegen einen Spieler aus der Saudi-Arabischen Ersten Liga. Okay. Al-Hilal natürlich am besten wahrscheinlich. Wir kriegen aber Al-Faya ist auch okay. Aber wir kriegen Al-Faté. Al-Nassar ist ja, glaube ich, der Klub, wo jetzt Ronaldo hin soll. Der da drüber. Aber Al-Faté nehmen wir mit, weil die manchmal Stars verpflichten für vorne und hinten halt dann die eigenen Landsmänner spielen. Wir schauen mal. Wir kriegen aber den linken Flügel. Linken Flügel von Al-Faté. Okay. Warum sieht das Logo hier so anders aus? Ist das der Sinn der Sache? Oder ist das ein Bug gewesen? Oh, Leute. Die haben Cueva. Cueva. 75er linker Flügel. Junge. 75er linker Flügel. Der kann auch ZOM und ZM spielen. Sehr, sehr stark. Gavory geht dann rein auf die linke Verteidigerposition. Und dann... Das ist halt ein Aufsteiger-Team. Ganz ehrlich. Nur Kastenmeier im Tor ist halt ein bisschen nicht ganz so gut. Aber das kriegen wir doch hin, oder? Ich glaube, das könnte ein direkter Aufstieg sein. Also, Leute, Bielefeld ist unser erster Gegner im Pokal. Und das gewinnen wir ganz, ganz knapp mit 4 zu 3 im Elfmeterschießen. Die zweite Runde im DFB-Pokal geht gegen Gladbach. Das ist dann schon eine Hausnummer. Aber wir gewinnen einfach 5 zu 3. 5 zu 3. Cueva, Cueva. Diaby, Diaby. Und Felix Klaus am Ende macht den Sack zu. Schönes Ding. Wir schmeißen einfach Gladbach raus. Gegen Lauter in unseren Ex-Verein. In Runde 3 des DFB-Pokals. Auch das gewinnen wir, Leute. Cueva und Cueva und DeVace. Schönes Ding. Wir sind im Januar angekommen. Wir sind auf Platz 2 unterwegs. Scheint tatsächlich ein easy Back-to-Back-Aufstieg zu werden, Leute. Das ist natürlich krass. Bayern als nächster Pokal. Und das wird, glaube ich, die größte Hürde sein, die wir nicht nehmen werden können. Oh, wir haben es ins Elfmeterschießen geschafft. Und Diaby verschießt. Schwieriges Ding, Leute. Hat es gereicht, um Back-to-Back aufzusteigen? Es hat gereicht. 64 Punkte haben wir geholt. Den zweiten Aufstieg in Folge. Wir haben Fortuna Düsseldorf wieder nach oben gebracht. Das Ding ist jetzt folgendes, Leute. Das Ding ist jetzt folgendes. Wir haben den fünften Aufstieg klar gemacht. Wir müssen jetzt innerhalb von 10 Drehs noch einmal aufsteigen. Weil wir sind jetzt bei Dreh Nummer 16 angelangt. Aber sollten wir jetzt irgendwie Magdeburg bekommen? Oder sollten wir Jan Regensburg bekommen? Sandhausen? Sowas. Hansa Rostock in der Richtung. Eintracht Braunschweig. Könnte es nochmal knapp werden. Ich glaube zwar, wir packen das. Aber wir müssen trotzdem nochmal ein bisschen bangen, glaube ich. Wir müssen nochmal ein bisschen bangen. Wir schauen noch einmal auf die Statistiken kurz. Wer was gemacht hat. 18-5 für Cueva, Junge. Also Diaby hat nicht so viel gerissen wie Cueva, ne? Diaby hat nicht so viel gerissen wie Cueva. Das heißt, das sind jetzt die Vereine, die es noch werden können. Da sind auf jeden Fall 3-4 drauf, die echt schwierig werden. Und 1-2, die echt einfach werden würden. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ob wir einen bekommen, der schwer wird, oder einen, der einfach ist. Schauen wir mal rein. Auf geht's, ab geht's. Nürnberg ist so ein Mittelding. Aber sollte eigentlich auch nicht so schwer werden. Also die Funke-Challenge scheint auf jeden Fall schaffbar. Aber Leute, und ich glaube, wir machen das, damit es ein bisschen spannender wird. Weil ich denke einfach, dass wenn wir jetzt Musa Diaby wieder rübernehmen, zum x-ten Mal. Den haben wir seit Anfang an durchgeschleppt. Dann schaffen wir es auf jeden Fall easy. Ich möchte es ein bisschen spannend halten. Deswegen nehmen wir jetzt nicht Musa Diaby mit zurück. Wir packen jetzt Musa Diaby wieder dahin, wo er hingehört. Nämlich zu seinem angestammten Verein Bayer 04 Leverkusen. Und nehmen wir ihn anders mit. Wir können auch Cueva mitnehmen, aber den will ich eigentlich auch nicht mitnehmen. Ich möchte einen von Düsseldorf mitnehmen. Quasi einen von Funke-Schützlingen nehmen wir mit. Und das wird der Stürmer sein. Und zwar nicht Ginschek, sondern wir nehmen, glaube ich, Kovnatski dann mit. Der ist auch noch nicht so super alt. Der ist 25. Ich glaube, ich nehme David Knauf. Der kann links, rechts. Packen wir. Komm, wir gucken mal rein, wie wir als nächstes bekommen. Ich fände es aber langweilig, wenn wir jetzt Musa Diaby uns mitziehen lassen. Die ganze Zeit. Wir haben es jetzt lange genug gemacht. Es war ja auch im Rahmen der Regeln, war es ja auch fair. Die Liga Portugal. Liga Portugal. Casa Pia ist aber nicht gut. Und können uns dann wahrscheinlich dementsprechend relativ wenig bieten. Wir bekommen immerhin die freie Wahl vom Team. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube trotzdem, dass es da eigentlich kaum jemanden gibt, der uns weiterhelfen kann. Vielleicht lasse ich mich auch eines Besseren belehren. Also, wir könnten Jan Breis Eteki nehmen. Der ist auch 25 years. Boah, das ist ein Banger-Dreh. Kunimoto können wir noch nehmen. Der ist auch 25. Der ist rechter Flügel. Oder Bardo. Aber ich glaube, wir nehmen Eteki mit. Oder? Aus welchem Land kommt der? Kamerun. Ey, cool. Komm, den nehmen wir mit. Der hat einen kranken Namen. Passt also auch gut zu Nürnberg. Ne, Nürnberger muss natürlich spielen, Leute. Ich finde es immer noch unfassbar lustig. Ich weiß nicht. Das gibt mir einfach so viel, dass einfach Fabian Nürnberger bei Nürnberg spielt. Ich finde es einfach todeslustig. Ich glaube, wir gehen so rein. Wir machen 4-2-3-1 kompakt mit Eteki, Geis auf den Sechsern, Duman, Deli, Tempelmann, Vorland, Kovnatski und Nürnberger, Hübner, Schindler, Handwerker, Martenia die Legenden im Tor. Das ist unser Elf. Wir haben den SC Paderborn als nächstes. Im Pokal schauen wir doch mal rein. 3-1-Gemann hat das ganze schönes Ding. Handwerker und Nürnberger, Junge. Das sind die deutschesten Namen überhaupt. So Leute, also Hertha BSC ist unser erster Gegner. Ne, unser zweiter Gegner im Pokal, nicht unser erster. Schauen wir mal rein. Und die schmeißen wir raus. Mit 2-0. Schönes Ding. Schönes Ding. Dritte Runde im Pokal ist der erste, äh, der erste FC Nürnberg. Das sind wir selber. Ist SV Werder Bremen. Schauen wir mal rein. Füllkrug ist nicht dabei, vielleicht bei der WM. Aber auch das gehen wir mit 2-0. Duman mit im Doppelpack. Tabelle nach der Hälfte der Saison. Wir sind auf Platz 7 unterwegs. Also Abstiegskandidaten sind wir auf jeden Fall nicht. War aber klar mit dem Nürnberger Kader, denke ich. So, wir bekommen in der FC Bayern wieder einen Pokal, die sich einfach Kevin Volland im Sturm geholt haben. Keiner weiß. Wir, äh, verlieren trotzdem mit 2-1. Nach einem Volland-Doppelpack, Junge. Also, die Saison ist vorbei. Wir hatten fast noch die Relegation gepackt, Leute. Also, wir sind dran. Wir sind dran. 52 Punkte. Vierter sind wir am Ende geworden. Sehr, sehr schönes Ding. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir gucken noch mal auf die Statistiken kurz. Kovnatski 19-4. Nürnberger 8-4. X3 für Duman. Also, Kovnatski war eine gute Entscheidung. Wahrscheinlich hat er sogar mehr gerissen als DHB überhaupt in seiner gesamten Saison. Gucken wir mal, ob wir das mit dem Neuzugang besser machen können. Top 5 Ligen wäre natürlich Banger. Aber stattdessen bekommen wir die Eredivisie. Das ist auch nicht schlecht. Also, ich würde aber behaupten, wenn ich jetzt nach den Ligen gehe, wäre schon Eredivisie und Liga Portugal so auf 1 und 2, welchen Spieler wir dort bekommen können. Oh, Leute, wir können uns einen Verein aussuchen. Und ich glaube, da muss ich gar nicht als Chat fragen. Ich glaube, wir nehmen einfach straight up Ajax, weil, keine Ahnung, Ajax hat einfach in der Eredivisie mit Abstand die besten Spieler, würde ich behaupten. Ajax, ich hätte so gerne jetzt Mohamed Kudus. Den würde ich so fühlen. Komm, geh mit ZOM. Wir kriegen einfach nochmal freie Wahl. Heute ist aber freier Wahl Tag, Junge. Ich hätte zwar gerne Kudus genommen, aber irgendwie ist er halt jetzt nicht der Beste, ne? Wie alt ist ein Dusantadisch? Der müsste so 32, 33 sein. 33 ist der Gute. Achaus, wie alt ist der? Der ist 30. Wir haben noch Ocampos. Der ist 28. Wir haben noch Berchwein. Der ist 25. Wir machen eine kurze Abstimmung. Wir wollen ja hier ein bisschen Interaktion beim Chat. Ihr dürft entscheiden, wen wir nehmen. Ich muss auf jeden Fall das nehmen, was ihr wollt. Oh, Leute, Timber und Berchwein haben beide gewonnen. Das heißt, ich darf entscheiden, ne? Komm, wir nehmen Timber mit. Ich entscheide. Wir nehmen Jürin Timber mit. Ich fühle den Mann. Wir nehmen den Mann mit. Willkommen bei Nürnberg. Wir gehen so rein, Leute. Wir gehen so rein. Konatski im Sturm. Dann wieder eine Dreier-Offensiv-Kette. Mats Müller-Dehli, Duman, Tempelmann, Eteki. Unser neugierter Timber ist unser neuer Abwehrchef. Der ist auch geistert. Gut, der kann übrigens auch rechtsverteidiger spielen, sehe ich gerade. Sehr, sehr schön. Könnten wir später irgendwie Variablen noch einsetzen. Aber wir müssen ja erstmal aufsteigen. Erste Runde Pokal ist unser Gegner Darmstadt. Schauen wir mal rein. 3-1. Easy. Kovnatski, Kovnatski, Kovnatski. Und sogar fast ein Viererpack. Den Elber verschießt einfach. Hannover 96 ist unser Gegner im Pokal. Gucken wir mal rein, ob wir die schlagen können. Können wir nicht. Besuchkopf mit dem 0-1. Die Saison ist halb vorbei. Wir sind auf Platz Nummer 2 unterwegs. Also es riecht nach Aufstieg in Nürnberg. Es riecht nach einer frühen Komplizierung dieser Challenge. So, Leute. Die Saison ist vorbei. Sind wir aufgestiegen und haben die Funkel-Challenge verfrüht geschafft oder nicht? Wir sind sogar als Gruppenerster aufgestiegen, Leute. Als Gruppenerster. Als Tabellenführer aufgestiegen. 65 Punkte, Leute. Wir haben innerhalb von 17 Drehs, haben wir das geschafft, was Friedhelm Funkel in seiner ganzen Karriere geschafft hat. Wir haben sechs Vereine aus Liga 2 in Liga 1 geführt. Die Funkel-Challenge ist damit erfolgreich gemeistert. Diesmal war es auf jeden Fall nicht so knapp wie letztes Mal. Ich glaube, das lag daran, dass wir letztes Mal nicht so früh jemanden wie Diaby hatten, der uns wirklich viel oder eine lange Zeit auf jeden Fall gecarried hat. Aber ihr seht es ja auch jetzt hier dran. Auch ohne Diaby klappt es ganz gut. Ich meine, wir hatten auch Glück mit den Vereinen. Wenn wir, wie gesagt, in den Drehs irgendwie Pauli, Regensburg, Braunschweig, Sandhausen bekommen, dann wird das Ganze, glaube ich, einiges schwerer. Wir hatten allerdings auch Lautern, die wir nach oben geführt haben. Ich bin zufrieden, Leute. 22-7 für Kovnatski. Der ist einfach stark. 13-0 für Wickhesser. Lino Tempelmann. 10-3. 7-9 für Mats Müller-Dehli. Und 3-5 für Fabian Nürnberger. Dann brech doch Funkel seinen Rekord und mach weiter, schreibt Steepion in Chat. Und das habe ich mir gerade auch gedacht. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen, den Funkel-Rekord in 26 Jahren quasi versuchen zu brechen und wir wollen siebenmal aufsteigen? Da würde ich mich eigentlich sehen. Acht Drehs, um noch jemanden aufsteigen zu lassen. Schauen wir mal rein. Ja gut. Ja gut. Also ich sag mal so, ich sag mal so, ich glaub, das machen wir nicht. Weil HSV ist halt ein Autoaufstieg. Machen wir es so. Wir drehen nochmal neu. Sorry, Leute. Also, keine Ahnung. Mit dem HSV bist du halt direkt aufgestiegen. Ich will eine Challenge. Ich will eine Challenge. Ist Hannover, ist Hannover, meint ihr Hannover ist eine Challenge? Hannover ist gut. Okay, dann nehmen wir Hannover. Und dann müssen wir einen mitnehmen. Kovnatski geht dann wieder zurück zu Düsseldorf, denke ich mal. Und wen nehmen wir mit? Sollen wir Mats Müller-Dehli mitnehmen? 27 Jahre alt ZOM, komm, den nehmen wir mit. Deswegen habe ich da keine Beziehung zu. Wir schauen mal rein. Superliga oder Saudi-Pro-League? Es ist wieder die Saudi-Pro-League als erstes. Schauen wir mal rein. Saudi-Liga. Wen wir dort bekommen können. Wir kriegen... Okay, was ist das denn für ein Verein? Der ist aber neu. Der Al-Alada. Wir gucken mal. Ich bin ein Rechtsverteidiger. Okay, okay. Rechtsverteidiger von denen ist wahrscheinlich nicht gut. Alter, Leute. Der hat eine 60. Was haben die denn? Die haben 50er Leute im Team? Das ist ja ganz schlimm. Es ist Al-Alhaide. Und der hat... Aber der kann immerhin mehrere Positionen. Aber das geht ja gar nicht. Egal. Wir müssen ihn nehmen. Der war Teuchert cool. Deswegen das eine Rating auf Havard Nielsen ist in Ordnung. Dann war Schaub Deli, Kunze Besuschkopf im Mittelfeld. Dem Börner, Neumann, Moroja und Ron-Robert Zieler im Tor. Sieht eigentlich gut aus, oder? Wir schauen mal rein. Halle ist unser Gegner im Pokal-Runde Nummer 1. 5-4 verlieren wir das. Also Pokal läuft nicht so gut. Leute, es riecht nach Aufstieg in Hannover. Es riecht nach Aufstieg. Wir sind auf Platz 2 nach der Heftet-Saison. Sogar vor dem Hamburger SV. 38 Punkte haben wir bereits geholt. Bitte, Leute, Leute. Aufstieg ist in the house. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, Leute. Die Entlassung flattet ins Haus. Das riecht aber dann nicht so wirklich nach Aufstieg, oder? Wir gehen mal rüber zum FCK. Wo sind wir jetzt endlich gelandet? Mit Hannover 96. Kann ja eigentlich dann nicht der Aufstieg sein, oder? Wir sind in der Relegation. Hannover ist in der Relegation, ohne dass wir Trainer sind. Die Frage ist halt, ob wir da jetzt... Kann ich das auch von hier einsehen? Kann ich, glaube ich. Ich glaube, ich kann jetzt einfach durchsimulieren. Bis irgendwie Mitte Juni oder so bis hier. Und dann sehe ich, glaube ich, ob wir die Relegation gewonnen haben oder nicht. Haben wir die Relegation gepackt oder nicht? Hatsache. Hatsache. Wir haben den siebten Aufstieg perfekt gemacht, Leute. Oh, ich würde sagen, nochmal, weil du nicht selber aufgestiegen bist. Boah, das stimmt. Das stimmt. Streng genommen ist ja... Und Leute, normalerweise ist ja das Ziel, einen Verein irgendwo hinzuheben. Aber heute sind wir in der Funkel-Challenge. Und wenn Funkel, wir quasi, entlassen wurde, dann haben wir die Challenge eigentlich nicht geschafft bis jetzt. Das heißt, streng genommen müssen wir nochmal ran mit Hannover. Gucken wir mal. Aber trotzdem, Hannover sollte eigentlich im Bereich des Möglichen sein, die noch zum Aufstieg zu bewegen. Wir bekommen wieder... Leute, wir bekommen wieder einen Spieler aus der Saudi-Liga. Wenn das jetzt wieder so ein 75er Rechtsverteidiger ist, dann weiß ich auch nicht. Wieder die Saudi-Liga. Diesmal ist es Alfaya. Das ist, glaube ich, zumindest einer der besseren Klubs in der Liga. Nee. Nee. Das wird wieder bodenlos sein, Leute. Das wird wieder richtig schlecht sein. Und es wird wieder genau dasselbe Problem sein, wie immer. Es ist Al-Shamek. Abdullah Al-Shamek. 29 Jahre alt. 64er Linksverteidiger. Das ist gar nicht gut. Das ist auf jeden Fall überhaupt nicht gut. Wir packen ihn trotzdem rüber zu Hannover. Wir müssen ihn natürlich nehmen. Das ist halt das Problem, ne? Die beiden Drehs hier, die beiden Brüder hier, die sind halt echt nicht so gut, ne? Also hat sich einem Team eigentlich gar nichts getan. Wir haben jetzt mal die beiden Boys hier, Al-Shamek und Al-Haider, haben auf die Bank gepackt. Aber Team ist, wie es steht, nur Marz Möller-Dehli ist der einzige Neuzugang. Erstmal müssen wir jetzt gegen Sandhausen den Pokal ran. Da gucken wir mal rein, ob wir die weghauen können. Wenn Teuchert belobt seinen Startelf-Einsatz mit einem Tor. Union Berlin ist der nächste Gegner im Pokal. Schauen wir mal rein. Und das verlieren wir knapp mit 4 zu 3 im Elfmeterschießen. Wir sind im Januar angekommen. Schauen einmal auf die Tabelle. Und das sieht jetzt nicht so nach Aufstieg aus. Wir sind auf einmal auch nur auf Platz 8 unterwegs. Einer weiß wieso. Aber müssen wir wohl mitnehmen. 25 Punkte. Ob wir uns da nochmal rankämpfen können, das zu machen. Also, wir werden aber wieder entlassen. Also, es geht irgendwie eher bergab als bergauf, habe ich das Gefühl. Wir haben jetzt irgendwie noch so einen Banger. Und dann haben wir es doch. Irgendwie ein starker Stürmer, ein starker Keeper. Wir kriegen die R-Devise schon mal. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das nehme ich gerne mit. Wir hatten ja eben mal die freie Wahl. Da haben wir dann Ajax genommen. Aber ich würde mal... Feyenoord würde ich auch fühlen. Alkma. Oh, Alkma. Oder? Ist doch Alkma. Yes, AZ Alkma. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Der ist ZM. Wir bekommen aber einen neuen linken Flügel von Alkma. Okay. Oh, Leute. Karlsson stimmt. Boah, Karlsson ist ja stark. 78. Hat der 24er... Äh, 24er, äh. 24 Jahre alt auch noch. Stark. Basur ist sogar schlechter als Karlsson. Ey, aber Karlsson nehmen wir super gerne mit. Auf jeden Fall. Wir gehen mit Bayer. Teuchert im Sturm. Karlsson, unser Neuzugang auf links. Mats Mördeli rechts. Besuchkopf, Kunze, Doppel-6. Dem, Börner, Neumann, Moroja. Ziele im Tor. Das ist unser Team für die kommende Saison. Düsseldorf, unser Ex-Klub, ist unser Gegner im Pokal. Schauen wir mal rein, ob wir das packen können. Können wir nicht. Sind wir direkt raus. Schade, schade. Die Saison ist halb vorbei. Wir sind wieder im Reichweiteaufstieg. Wir sind so auf 5 unterwegs. 31 Punkte, aber nur 2 auf den HSV. Pauli einfach auf 2. Wir haben auch eine Banger-Saison bis jetzt. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall, was da passiert. Wer, wenn er gelernt... Wir werden wieder entlassen, Leute. Und damit ist der Aufstieg wieder passé. Wird es nochmal spannend? Ich glaube, es wird echt nochmal spannend. Wir kriegen es nicht hin. Das kann nicht sein. Als ob wir das jetzt noch choken. Wir haben jetzt noch 21, 23, 24, 25, 26, 26... Also sieben Drehs haben wir noch Zeit. Kann nicht sein, dass wir jetzt noch choken. Bitte nicht. Gönn nochmal einen Top-5-Dreh. Wir kriegen nochmal die... Ah, die RdV wäre schön gewesen, aber es wird die MLS. Also, Leute, MLS. Nächster Dreh für uns. Nächster Dreh. Wir kriegen nochmal Nashville oder ist es Houston? Nochmal Nashville. Komm, Stürmer, ZOM oder freie Wahl für Hany Mukta. Und der schießt uns zum Titel. Ich weiß es einfach. Wir kriegen den Keeper. Hatten wir den nicht schon mal? Oder war das was anderes? Ja, den Keeper haben wir schon geholt. Die haben keinen Keeper mehr. Also, wir müssen nochmal neu drehen. Und Stürmer, ZOM, freie Wahl ist eine ganz gute Chance. Wir gehen auf Hany Mukta. Wir versuchen, den zu kriegen. Weil Torwart haben wir auch schon gehabt. Ah, schade. Wir kriegen den rechten Flügel oder ZDM? Rechter Flügel. Es ist Mujl. Vielleicht hätte ich nochmal neu drehen sollen. Ich glaube, ich hätte nochmal neu drehen sollen. Obwohl, die hier oben sind ja alle okay. IV, ZDM, Sechser, Rechtsverteidiger. Wäre alles in Ordnung gewesen. Wir kriegen einen rechten Mittelfeldspieler. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, wieder ein Dreh, der erst nur auf die Bank schafft. Mujl. Schade, schade. Aber Team ist... Ich glaube, das Team ist gut genug, um aufzusteigen. Auf jeden Fall. Wir nehmen nochmal Al-Schamek, glaube ich, mit. Erste Runde Pokal. Magdeburg. Das ist doch sowas von machbar. Schauen wir mal rein. Klappt es jetzt mit Nielsen vielleicht ein bisschen besser? Ne, Magdeburg schmeißt uns direkt raus. Aber, wenn Magdeburg uns rauskriegt aus dem Pokal, können wir uns nur auf die Liga konzentrieren. Das kann auch was Gutes sein. Ich rede mir hier alles schön. Wir sind auf Aufstiegskurs mit Hannover 96. Aber es geht wieder in Richtung Entlassung, glaube ich, da oben. Also der Vorstand mag uns einfach nicht. Nein! Die Entlassung ist schon wieder da. Es kann nicht sein. Außerdem Entlassung in den Chat, Leute. Wir werden schon wieder entlassen bei Hannover. Warum? Es wird nochmal spannend, glaube ich. Es wird nochmal spannend. Aber Top 5. Coming in Clutch, Leute. Wir kriegen einen Spieler aus dem Top 5. Einen guten Dreh. Okay, irgendwas richtig bängermäßiges à la Moussa Diaby. La Liga ist okay. Nehme ich sehr gerne mit. Ich will jetzt Barcelona und Keeper. Celta Vigo ist okay. Ist okay. Ist keiner der Absteigervereine. Ist so ein Mittelding. Weil sonst werden wir wieder entlassen. Aspas war mal rechter Flügel. Ist mittlerweile aber Stürmer, soweit ich weiß. Rechter Flügel, Celta Vigo. Es ist Solari. Und das ist jetzt auch nicht so der übelste Top-Club-Dreh, wenn man ehrlich ist, ne? Augusto Solari. 74er rated. Das tut schon ein bisschen weh. Machen es mal so. Wir gehen mal mit 4-5-1 rein. Unser neunzig lang ist Solari dann auf der rechten Mittelfeldposition. Karlsson auf links. Ist natürlich cooler, wenn der ein bisschen weiter vorne ist. Aber ist okay. Ich glaube, das ist es für den Aufstieg. Da sehe ich uns. Erste Runde im Pokal. Geht also gegen den VfL Osnabrück. Da schauen wir mal rein. Ob wir die raushauen können. Bitte. Ich hoffe, die Formation knallt. 2-1. Schönes Ding. Schaub und Bayer. Vielleicht ist das so ein kleiner Wendepunkt jetzt. Im Pokal sind wir noch drin. Vielleicht mag das ja der Vorstand. Und lässt uns dann gewähren. Als nächstes geht es dann gegen Augsburg. Wir sind irgendwo im Mittelfeld unterwegs. Verlieren wir auch 3-0. Sang und Klanglos. Han, Dorsch und Vargas mit den Toren. Das kann ja überhaupt nicht sein. Wir schauen mal rein. Januar ist auf jeden Fall am Start. Da sind wir bodenlos. Wir sind auf Platz 13. Keiner weiß, wie das passiert. Ich verstehe es nicht. Das Universum ist einfach komplett gegen uns. Und Südkorea hat es sich einfach verdient. Wer gegen Portugal gewinnt, ist... Oh, Leute. Ein Spiel vor Ende werden wir entlassen. Ein Spiel vor Saisonende. Der Top-5-Dreh hat mich eben wirklich gebrochen. Kriegen einen Spieler aus der argentinischen Liga mal wieder zur Abwechslung. Das haben wir auch schon sehr lange nicht mehr gedreht. Tigres oder so. Mein Tigres ist mexikanisch. Hör mir gerade auf. Ich bin da dumm. Oh, Mann. Ich glaube, die sind aber nicht so schlecht. Ich glaube, die haben auf jeden Fall ein, zwei Spieler, die in Ordnung sind für unser Projekt. Wir bekommen aber sowieso die freie Wahl, hoffentlich. Stopp. Komm. Gönn mir freie Wahl. Bitte. Bitte. Ja. So, Aldo Sirvi. Die haben keine guten Leute. Das ist traurig. Das ist wirklich... Die haben keine guten Leute. Komm, ist vielleicht irgendwer jung von denen. Der ist 35. Keeper ist 27. Ja, Martenia. ZM, Meli, RV. Boah, das ist alles nicht gut. Silver, wie alt ist der? Der ist 41. Santiago Silva ist 41 Jahre alt. Digga, was ist der mit ihm? Wie alt ist Meli? Der ist auch 30. Was haben wir denn alles für alte Leute? Der ist auch 30. Ich glaube, ich nehme einfach den Stürmer. Der kann vielleicht von der Bank kommen. Wir nehmen den Stürmer. Wir machen es mal so. Wir probieren es mal mit unserem Neuzugang von Anfang an. Den 35-jährigen Stürmer, der auch RM kann. Bayer, Kant, Cauteruccio, Karlsson, Solari sind unsere Top 4. Besuchkov, Kunze, 4 Kategorie, das kennt ihr. So gehen wir rein, Leute. Es kann nicht sein. Das sieht okay aus. Wir haben nur einmal unentschieden gespielt, fünfmal verloren. Es sieht in Ordnung aus. Zwölf Siege ist aber einiges. Cauteruccio geht aber runter. Aber wir lassen ihn trotzdem drin. Lassen wir ihn drin? Ich glaube, wir lassen ihn einfach drin. Der hat es, glaube ich, wahrscheinlich gut gemacht. Das sind tausend unentschieden. Die haben uns irgendwie auch aus dem Pokal rausgeschmissen. Unentschieden gegen Nürnberg. Warum werden wir entlassen, Leute? Warum? Es wird ja nicht zählen. Es wird ja nicht zählen, wenn wir entlassen sind. Warum? Ich verstehe es nicht, FIFA. Ich verstehe es nicht. Wir gucken mal auf die Tabelle. Wir sind safe Erster. Oder Zweiter. Wir sind auf drei. Und wir haben zwei Punkte Rückstand auf den ersten Platz. Zwei Punkte Rückstand. Wir hätten es locker noch schaffen können. Trotzdem entscheidet der Vorstand auf Entlastung. Check ich nicht. Wir haben nur noch drei Drehs. 24, 25 und 26. Wir kriegen wieder jemanden aus der argentinischen Liga. Das hat ja eben nicht so gut funktioniert. Schauen wir mal rein. Oh, River Plate. Stopp. 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 Nein. Arsenal kriegen wir. Kriegen wir aber bestimmt nicht. Wir schauen mal. Wir kriegen einen neuen Innenverteidiger. Der muss jetzt mindestens eine 70 haben. Das ist ja einfach kein guter Dreh. Wir schauen mal rein. Ich glaube auch, das wird wahrscheinlich eher weniger was Gutes sein. Arsenal, Innenverteidiger ist Kanto oder Goni. Wie alt sind die? Goni ist 24 immerhin. Und Kanto ist 28. Goni nehmen wir also sehr, sehr gerne mit. Wir gehen mal so rein. Wir holen mal Dreierkette aus, Leute. Ich bin verzweifelt. Wir gehen so rein. Bayer, Cauteruccio vorne, Schaub auf der 10. Den haben wir dann Deli hin. Dann haben wir noch Karlsson links, Solari rechts, Besuch auf Kunze. Und dann Dreierkette mit Neumann, Goni, Börner und Ron-Robert Zieder im Tour. Wir gehen jetzt mal gegen Dresden im Pokal. 2-1, schönes Ding. Goni ist in absoluter Müllform. Warum auch immer. Interessant. 2-1 verlieren wir auch den Pokal gegen KSC. Okay. Da ist wieder die Entlastung. Wir haben es wieder prophezeit. Da ist sie wieder im Haus. Es ist wundervoll. Zwei Versuche haben wir jetzt noch. Vorletzter Versuch für die Tuchel-Challenge. Äh, die Tuchel-Challenge, sag ich schon. Die Funkel-Challenge. Wir kriegen Top 5, oder? Top 5, komm. Knapp an Top-Clubs vorbei. Okay, es ist zumindest MAP. Äh, ist zumindest noch möglich. Aber League-Earer will ich eigentlich normalerweise nicht sehen. Egal. Komm, gönn mir bitte einfach PSG. Bitte. Einmal. Oder freie Wahl. Nein. Toulouse oder Start-Brest. Nicht mal ein Club, der mittelmäßig ist. Gibt es da überhaupt Leute, die wirklich richtige Banger sind? Wir kriegen ja mal einen Stürmer oder ZOM. Das ist zumindest ein offensiver Spieler. Start-Brest. ZOM. Vielleicht haben die auch keinen. Die haben keinen. Es gibt einen Gott, Leute. Die haben keinen ZOM. Nur ZDMs und ZMs. Wundervoll. Bitte nicht League-Ear. Bitte nicht League-Ear. Bitte nicht League-Ear. Sehr gut. ZD-Ear. Nehmen wir mit. Fühlig. 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 Wir haben nur noch zwei Versuche. Oh, Neab. Oh, Milan. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und jetzt bitte Menor. Bitte jetzt Menor. Komm. Komm. Gib mir einen Keeper. Nein. Wir haben einen Keeper vorbeigedreht. Wir kriegen den Linksverteidiger. Das bringt uns ja gar nichts. Oh, das bringt uns nichts. Ich meine, es ist Theo Hernandez. Aber ob der uns jetzt zum Aufstieg rettet bei Hannover, ich weiß es ja nicht. Wir gehen auf jeden Fall auch wieder auf die Viererkette, glaube ich, zurück. Theo Hernandez, wir sind wieder auf die Viererkette zurückgegangen, weil das eben hat gar nicht funktioniert. Kann das was werden oder nicht? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Erste Runde Pokal ist Bielefeld. Da schauen wir mal rein. Gewinnen wir 2-0. Kauten mit einem Doppelpack. Darmstadt als nächstes im Pokal. Gucken wir mal rein, ob wir die weghauen können. 5-1, Junge. Karlsson mit einem Dreierpack. Mit einem Viererpack. Oh, wir sind übrigens bei Drehnummer 25. Fällt mir gerade auf. Stuttgart. Nächster Gegner im Pokal. Gucken wir mal, ob wir die weghauen können. 3-2. Bayer, Bayer. Und Karlsson wieder. Also Karlsson ist wirklich auf einer Mission. Lasst uns mal gemeinsam auf die Tabelle schauen im Januar. Der Vorstand ist auf jeden Fall glücklich. Wir sind auf Platz 2. Es ist okay. Wir haben 7 Punkte Vorsprung. Es sieht nach direktem Aufstieg aus. Nächste Runde im Pokal ist der SC Freiburg. Auch da schauen wir natürlich mal rein. Gewinnen wir 1-0. Theo Hernandez mit dem Tor. Vielleicht war es doch nicht so ein schlechter Dreh. Bitte Leute, entlasst uns nicht schon wieder. Entlasst uns bitte eiferlich schon wieder. Der Vorstand mag mich aktuell noch. Wir sind immerhin auch im Pokal-Halbfinale angekommen. Auf dem Pokal gegen den 1. FC Köln. Das ist schon das Halbfinale. Also ich glaube, Entlassungen haben wir abgewendet. Wir gucken mal, ob wir die rausschmeißen können. Köln. 2-1. Bayer und Karlsson mal wieder. Junge. Funkel hat noch nie den DFB-Pokal gewonnen. Und wir sind im Finale gegen Dortmund. Vielleicht kriegen wir es ja hin, den DFB-Pokal zumindest auch zu bringen. Das wäre jetzt schön. Die Challenge einfach zu Ende. Plus halt den Pokal gewinnen. Das wäre schön. Die Saison ist vorbei. Wir sind schon mal nicht entlassen worden. Das ist schon mal die erste gute Nachricht. Wir haben aber noch den Pokal gegen Dortmund. Den schauen wir uns mal zuerst ein. Vielleicht können wir den ihm nach Hause tragen. Das wäre einfach schön. Können wir nicht. 4-2. Brandt, Bellingham, Guerreiro und Thomas Meunier. Schade. Aber wir sind schon mal nicht rausgeflogen. Und wenn das jetzt der Aufstieg ist, haben wir die Funkel-Challenge doch noch geschafft. Ich meine, wir haben sie ja auch sowieso geschafft wegen den 6-Aufstiegen. Wir wollten aber ja einen neuen Rekord aufstellen. Also, ich hoffe, ich gehe jetzt rüber und ich sehe hier in der Tabelle Hannover auf 2. Oh mein Gott, wie knapp war das bitte. Seht ihr das? Ein Tor. Ein einziges Tor ermöglicht uns den Aufstieg. Wir haben innerhalb von 25 Drehs sind wir siebenmal aufgestiegen. Ich habe den letzten Versuch Gott sei Dank nicht gebraucht. Sieben Aufstiege in 25 Jahren. Funkels Rekord ist eingestellt. Wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Barzahn mit 23,7. Theo mit 13,4. Auch nicht schlecht. Bayer 12,5. Nilsen 12,5. Leute, ich bin sehr glücklich, dass wir es noch geschafft haben. Vielen lieben Dank. Habt mal einen wundervollen Tag. Ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann am Dienstag beim nächsten Stream oder bei YouTube, bei Twitch, bei TikTok, bei was auch immer, bei Instagram. Schreibt mir eine Nachricht, wenn ihr Bock drauf habt. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.